Jenny M. möchte wissen, wie entstehen Tränensäcke bzw. Augenringe? Liebe Jenny, der Abgabetermin der letzten Hausarbeit hat sich urplötzlich irgendwie zwei Wochen nach vorne verschoben und du kannst dir nicht erklären, warum. Jetzt bestand deine Nacht aus Schreiben, Energydrinks und Kaffee und schon morgens hast du die Rechnung dafür bekommen. Zwei fette Augenringe. Oh fuck, war nicht heute Abend dein Date? Was sind Tränensäcke bzw. Augenringe eigentlich und wie entstehen sie? Erstmal gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Tränensäcken und Augenringen. Augenringe hatte bestimmt jeder von uns schon mal. Augenringe oder auch genannt Halonierung sind dunkle, bläuliche oder lila gefärbte Augenbereiche unterhalb des Auges. Der Bereich kann entweder eine Art Hof bilden, also nach innen gehen oder nach außen schwellen, wobei er dann meistens mit Tränensäcken verwechselt wird. Durch Augenringe wirken die Augen eingefallen und der Betroffene wird dann schon mal gefragt, was er denn geraucht hat oder ob er die Vorhut für die nächste Zombie-Apokalypse ist. Aber keine Angst, die häufigste Ursache von Augenringen ist ganz einfach Schlafmangel. Andere Gründe wären zum Beispiel eine vermehrte UV-Strahlung durch ein zu langes Sonnenbad, Ausschläge oder Entzündungen, Drogen oder Medikamente, erbliche Bedingungen oder es ist tatsächlich eine Krankheit wie zum Beispiel eine Fehlbildung der Haut. Diese Gründe können zu einer sogenannten Hyperpigmentierung führen. Der Pigmentstoff Melanin, der bei Menschen für die Färbung der Haut zuständig ist, wird übermäßig produziert und es kommt zu dieser Verfärbung unterhalb des Auges. Die Ursache muss aber nicht zwingend am Auge liegen, sondern Grund für Augenringe kann auch der Augenringmuskel sein, der Musculus Obicularis Ori. Die Blutgefäße, welche den Muskel unterhalb des Auges versorgen, können aufgrund von Schlaf-, Ernährungs- oder Flüssigkeitmangels durchscheinen oder dieses wundervolle Natur-Make-up erzeugen. Das kann übrigens auch an Eisenmangel oder Grunderkrankungen der Niere oder Schilddrüse liegen. Meistens lassen sich Augenringe mit einer guten Mütze Schlaf wieder beseitigen. Falls nicht, gibt es genug Haushaltsmittel oder heutzutage Lifehacks, wie Gurkenscheiben, nasse Teebeutel oder kalte Kaffeelöffel. Teebeuteln. Und falls es gar nicht geht, gibt es bestimmt jemanden, der euch einen guten Concealer empfehlen kann. Tränensäcke haben nicht unbedingt was mit Tränen zu tun. Vielmehr ist es eine Erschlaffung des unteren Augenlidbereichs, welcher mit einer Wasser- oder Fetteinlagerung bedingten Schwellung auftritt. Die meisten Betroffenen haben nur eine morgendliche Schwellung der Augenlider. Die ist dann dem sogenannten hydrostatischen Druck geschuldet. Über die Nacht hat sich Wasser im Fettgewebe unter den Augen eingelagert und ein Lid-Öden entsteht. Meist ist aber schon eine Besserung nach einer Tasse Tee oder etwas wassersichtbar. Tränensäcke können aber auch ein Zeichen der normalen Alterung sein. Dabei sammelt sich statt Wasser Fett unter den Augen, weil der Lymphfluss geschwächt wird. Wer nicht alt ist und auch keine Nächte durchgemacht hat, könnte für Tränensäcke Ursachen wie Nierenschäden, eine Herzschwäche oder Mangelernährung haben und sollte bei Möglichkeit einen Arzt aufsuchen, denn es könnte ein Zeichen auf eine andere Grunderkrankung sein. Bei der Schilddrüsenerkrankung Morbus-Basedorf zum Beispiel kommt es zu häufigen Einlagerungen in den Augenlidern. Krankheitsbedingte Fälle werden mit einer Kortison-Therapie behandelt, welche vom Internisten begleitet werden müssen. Wenn die Grunderkrankung entdeckt und behandelt wird, verschwinden auch die Augenringe. Bevor ihr alle zum Arzt rennt, keine Angst, solche Fälle sind wirklich selten. Also liebe Jenny, ich denke deine Augenringe kannst du ganz einfach durch einen Blick in deinen Terminkalender vorbeugen oder du schreibst deine nächste Hausarbeiter einfach über Augenringe im Selbstversuch. Ja.